Oh ist das frech. Meine Hand hat sie gecatcht. Ich habe ja diese Hand, die denjenigen zieht. Meine Hand hat sie gecatcht und dann ist sie weggeflogen. Hallo Tristana. Kennst du mich noch? Ich habe sie gecatcht. Ich habe sie gecatcht. Ich habe sie mit einem heftigen Schlag drauf gehauen und sie ist sofort abgedüstet. Ich weiß, wo hier Platz ist. Unter meinem Tisch. Das ist das, was ich sehen wollte. Die feige Wahrheit über dieses Dreckschiff. Ich muss weiter kämpfen. So, jetzt fällt der Tauer. Das Tauer ist wahrscheinlich nicht mehr damit zu verteidigen. Genau. Mein Problem ist, ich will die nicht unter Tauer. Kann er sich unter Tauer verstecken. Nein, die ist abgehauen, als sie mich gesehen hat. Bist du dir sicher? Die hat einen Düsenabflug gemacht. Seht der Tauer hier noch? Ja. Oh, da konnte ich den Tauer Damage schenken. Soll ich noch nicht. Das macht leider auch ein bisschen Damage. Sieht genau hin. Die denkt sich auch so, es hat so gut angefangen. Ah, Caitlin, ganz alleine unterwegs hier. Na, du, weißt du etwas hier? Ich komme halt nicht in Reichweite. Sie haben halt so viele Champions, die so viel Damage auf Distanz machen. Ich komme halt nicht mal jemand an, der damit dafür in Reichweite jemanden meine Ulti zu ziehen. Echt ein Problem. Musik 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 Musik